Musik 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 und dann fahren wir auf dem Fahrrad weg zu schön drauf, schön drauf, das ist jetzt In einem Kilometer hinweisen wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen auf die 434. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen auf die 434. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen auf die 335. 9 Kilometer rechts abbiegen. Ich mache dieseierser, die wir trotzdem nicht drücken müssen. Bordet ihr in den Kreisverkehr? Ich freue mich. Bordet ihr in der Sekunde. Bordet ihr in den Kreisverkehr. Bordet ihr in den Kreisverkehrý? Ja, der würde keine Bedingungen haben. Nehmen 300 Meter rechts ab. Auf Unikalstand, es erwarten ohne Akkamp. Rechte. Jetzt rechts abbiegen. Ste 1 Vielen Dank. 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 Dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns da auch standesgemäß ernähren können. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Okay. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt abbiegen. Jetzt rechts 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 abbiegen. Da kommt noch nicht mal den Thüringer Roste an. 2 Stunden. In 50 Metern rechts abbiegen. Dann gucken wir noch mal links, bevor wir rechts abbiegen. In 80 Metern rechts abbiegen. Da geht's auf die Hälfte. In 300 Metern links abbiegen auf DS11 Richtung Gertrubisse. Jetzt links abbiegen. Hier gleich geht's. 8,9 Kilometer der Strasse folgen. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020